Am Samstag, den 9. April, findet hier in der Kirche Erlenbach eine Tagung zu dieser Thematik statt, an der neben anderen auch Peter Sloterdijk sprechen wird. Sie sind herzlich dazu eingeladen, wie auch dazu, uns einen Kommentar oder ein Like zu hinterlassen. Gleich geht es weiter mit der Zukunft des Menschen.